Das Archiv Frau und Musik präsentiert digitale Chortage unter dem Titel Ortswechsel, Chormusik von Komponistinnen. Die Tage sind etwas Neues und Innovatives für uns beim Archiv Frau und Musik. Wir haben Corona-Zeiten und jetzt machen wir vier Tage digitale Chortage von 29. Oktober bis zum 1. November 2020. Besuchen Sie online über YouTube die digitalen Chortage des Archivs Frauenmusik. Sie sind herzlich willkommen.